Aufgabe ist es jetzt, mit Rolle vorwärts aufnehmen vom Handbo, dann folgt der Christian und macht einen Schlag von oben. Den soll ich abwehren und mit einem Gegenschlag kontern. Also Sie, Rolle, Konter, Gegenschlag. Noch einmal. Ja, also ich ahne nichts Böses. Ich ahne. Drei Alternativen. Erstens, er schlägt nicht und wir sind in der Part-Situation. Drohen. Okay. Wenn das Schwert dann wegzieht, er hat uns ja getreten, dann zieht den Kopf ab. Zweite Situation. Er folgt und schlägt direkt. Das heißt, ich habe gezogen, drehe mich um, er schlägt direkt. Ich straße nach vorne. Schritte Situation. Er zögert etwas mit dem Nachkommen, kommt aber dann doch nach. Körperstreifen nachdenken, Stich. Jetzt Richtung Solaplexus, eigentlich direkt zum Hals. Ja, war super. Das ist jetzt Zutatzausgabe. Ihr dürft weiterhin natürlich die Hände zu hoch ist, aber ohne Zuhilfenahme der Hände geht's auf. Kopf auf. Ihr dürft jetzt ein Bein als Stabilator benutzen. Ein Bein, ich mach gleich jetzt mal an der Seite. Ein Bein als, ja, Kletterlisten nennen. Das heißt, kann mich hier, ohne dass ich die Hände benutze, schon stabil raufbegeben. Ich muss mich hier jetzt auch nicht mit Bein fassen, dann hochdrücken. Gar nicht möglich, wenn ein Bein oben ist. Ich ziehe das einfach nach. Ja, Niederschwung dann. Wir haben hier dasselbe in hoch. Der Groß ist, muss mich halt dringend, oder? So, zur Hilfenahme der Hände, dann hinten wieder runter, dann fängt die Sparfreude an. So, zur Hilfenahme der Hände, dann fängt die Sparfreude an. So, zur Hilfenahme der Hände, dann fängt die Sparfreude an. So, zur Hilfenahme der Hände, dann fängt die Sparfreude an. So, ich komme nochmal auf euch zu. Wir dürfen sogar noch ein, zwei Schritte machen, falls möglich. So, ich bin wieder hoch, rolle und von der Länge her ist es gerade so, dass ich mich dann direkt an die Kante setzen konnte und dann wieder runter zu gehen. Okay, dann sitze ich hier vorne und biege ab. Das mache ich hier auch. Hochdrücken, rollen und ab. Wenn ich erstmal hier stecken geblieben bin, kommt keine Rolle mehr, dann würde ich mich nach vorne arbeiten oder abspringen. Hoch, rollen und ab. Hoch, rollen und ab. Musik Und stopp, wir bauen jetzt kurz um So, dann lass du mal gleich warten Raus Über den Stall Und hinten raus Musik 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 Schaut, wie groß ist der Stall ist und hier nach hier Schmeckt jetzt auch schon da noch Und guckt ob das in trockenen schafft Wah, super Musik 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 Vielen Dank. We'll be right back. 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 We'll be right back.